da bin ich schon wieder ich bin heute mit neuer kamera am start deshalb dachte ich nehmen wir direkt mal ein kleines video auf und weil ich habe jetzt auch eine halterung für am fahrrad und für in der hand und mit einem mikro und boah volles programm auf jeden fall und ja ich gehe jetzt die kleine mit dem fahrrad von der kita abholen schmeiß die neue cam natürlich direkt mal auf das fahrrad und ihr könnt ja dann im nachhinein mal kurz berichten ob qualitativ alles passt aber müsste auf jeden fall und ja dann würde ich sagen sehen wir uns gleich so dann machen wir uns mal runter ans fahrrad und basteln hier die feine halterung dran und safety first ich habe mir sogar eine lampe besorgt oh da hängen noch ein paar mauerpapierchen drin ich habe mir sogar hier eine lampe besorgt und dann gucken wir mal was das ganze hier ist so lämpchen sitzt da sind wir auch im dunklen top unterwegs ich zeige euch mal mein schmuckstück ich bin so verliebt in das ding ne wahnsinn so die kamerahalterung ist auch am start ich hoffe dass das 1a funktioniert warte das könnte ich mal ausmachen und dann würde ich euch sagen nehme ich euch sofort jetzt auf der jungen von fahrt zur kita auf jeden fall mal mit 2000 jahre später ja klar hast meine neue kamera gesehen guck mal gut jetzt können wir noch mehr video machen ja noch mehr sogar auf sein handy und auf die andere kamer genau so haben wir los ja so nach der kita und den ersten 50 meter haben uns natürlich eine pause verdient ne war dir mit leckeres maus eine waffe schmeckt dir gut so mucki soll man weiter düsen nein noch noch klettern willst du noch klettern ja komm dann gehen wir noch was klettern so wir sind weg vom fahrrad schmeißen uns jetzt hier wieder in die elektronische bude und dann gehen wir mal die mama abholen weil die hat schon frei ja willst du danach noch was machen ja was denn mit dem papa darf ich wenn wir schon im spielplatz fahren mit dem roller willst du mit dem roller nicht mit dem laufrad ja ausnahmsweise ok und da ist unsere liebe frau auch die hat schon wieder feierabend schon wieder endlich wie war dein arbeitstag mein schatz anstrengend und deine ja meine auch vom nächsten überhaupt gar nicht was überhaupt gar nicht mein tag war nicht anstrengend oder mamas tag war nicht anstrengend vom papa ne vom mama ne ja nur von mama nur von mama nur von mama ne ne nur von mama war anstrengend ja ja du fuhlenzer wer ist das? wau wau dein wau wau und hier ist mein wau wau mach sitz nicht doch ganz schön nicht doch nicht ne du bist nicht dabei mucki doch doch mit dabei doch mit dabei schatz du gehst wie ne ente watschi 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 so jetzt willst du mit dem roller auf dem spielplatz oder was? hä? ich glaub in die Linie ne das glaub ich aber nicht boah leute ich weiß nicht ob das mit dem video hier überhaupt einen gibt weil ich kenn mich nämlich mit der kamera noch nicht so gut aus und mir ist jetzt aufgefallen dass ich voll viele aufnahmen mich verdrückt hab und die alle in slowmo sind also ja falls das video jetzt ein bisschen komisch wird und schief und schell geschnitten dann liegt das daran dass die meisten aufnahmen in slow motion waren so wir haben umgesattelt vom laufrad auf den roller düsen nochmal schnell zur bäckerei was brot holen für heute abend und dann machen wir nochmal einen halt auf dem spielplatz ich hoffe es bleibt noch ein bisschen hell aber müsste hinhauen und ah ja da war das spielzeug hebst du das schnell auf schatz danke schön und jetzt hab ich auch den faden verloren äh dann sehen wir uns am spielplatz ne ja so wir sind an der letzten station angekommen die kleine tobt sich noch ein bisschen hier im sandkasten aus und äh ich denke mal es bleibt doch nicht mehr allzu lange hell und äh dann würde ich sagen verabschiede ich mich hier auf dem weg auf jeden fall auch wieder von euch vielen dank fürs zusehen und äh und äh sagt gerne mal was ihr von der neuen kombi haltet auf auf das ist das ist und sind